Hast du sofort den Graben? Die Zeit ist komplett. Na gut, das mach ich mir. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Jetzt kommt die Hügel jetzt. Ja. Steckung? Steckung. Steckung. Kann ich nicht akzeptieren. Muss die Flagge mitnehmen. Warte! Die liegen gleich, sie gestorben mit der Flagge. Ah! Gelegt! Und die Flagge liegt gegeben. Der Hecht steht. Hört! Hört! Und muss die Flagge zurück ins Born? Ja, es ist einfach nicht gestorben. Okay. Schau mal, Mats. Wir können ja am Wohnwagen, wir gehen am Wohnwagen vorbei. Zu spät. Hört! Okay, wieder rein. Hört! 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 er hat mich voll da drin rechts ja genau da wunderbar da runden noch mehr nach von links also die gehen nach rechts rüber wir schaffen jetzt zu der Deckung da ich kanns nicht ich geh mal hier rum rechts rum wo ist der denn keine ahnung wenn wir jetzt zum wohnwagen gehen würden alter ist die drin zum wohnwagen hier könntest du vorrücken obwohl ich hab die seite hier nicht im blick welche richtung warte wir rücken vor ich hab vor warte warte hin 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 Ich bin nicht los, ich bin gestoppert! Komm, kommt das. Da oh! Hütt! Das geht nicht. Alles klar, sind wir hoch gehen oder weiter geradeaus? Geh rauf! Zu dem vorne rücken, zu dem vorrücken, guck mal ob er links frei ist. Ich sehe nichts. 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 Robert geht ganz außen rum, ich bin über dem ganz rechten Gang. Robert rückt mit dem Schild von außen vor. Ich bin rechte Seite unter dir. Ratsch, komm mit. Wo ist der Klamour? Wo ist der Klamour? Auf dem Baum, ne? Auf dem Baum. Auf dem Baum? Der Baum, an dem Baum, an dem Baum, an dem Baum. Okay, der ist raus, der ist raus. Was ist los? Ich bin mit der Habe. Weiter vor. Ratsch, wo ist die Flagge? Die ist hinten am Hügel. Achtung hinter dir. Ja. Jawohl. Achtung hinter dir. Guck mal hinter vorne, guck mal hinter vorne. Die sind auch raus. Komm mal nach vorne. Rettet, komm. Ihr könnt vorrücken. Wurde. Schreie mich? Wie kreie mich? O. Warte, bleibst du stehen, ich bin am Nachhinein. Ah, scheiße, Alter. Okay. Immer noch hinter dem Baum da. Der ist raus, super. Achtung, da wird an der Nacht. Rot. Okay. Ganz ruhig. Gut zu bestellen. Von vorne, rück nach. Der ist jetzt rechts und einer ist hier hinter dem Holzstapel der Deckung und einer ist geradeaus rechts. Gute. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR